Dann Platz 7, konnte ich mich wieder nicht entscheiden, habe ich jetzt MyHime und CutieHoney draufgesetzt. Es sind beides MagicalGirl-Serien, die aber sich eher an ein älteres Publikum richten, finde ich, weil die sehr düster sind. Sehr, sehr düster. Also düster im Sinne von, es sterben wirklich die Charaktere, die den Hauptcharakteren am nächsten sind. Und das nicht nur einmal. Ja, sorry für den Spoiler, aber ich weiß nicht, wie ich anders diese Animes halt hervorheben kann gegenüber von anderen MagicalGirl-Serien. Vielleicht packe ich so eine Mini-Spoiler-Warnung davor. Keine Ahnung, mal schauen. Also wer wirklich gar nicht gespoilert werden will, sollte sowieso kein Anime-Top-10-Video gucken. Aber ja, also ne, da muss man bei MyHime und CutieHoney mit rechnen. Es sterben viele Charaktere, viele wichtige Charaktere, viele Charaktere, die den Hauptcharakteren verdammt nahestehen und wichtig sind. Und das ist einfach hammerdramatisch und hammerdüster. Und beide Serien, muss ich sagen, haben mich deshalb auch so gefesselt von Anfang bis Ende. Wegen diesen dramatischen Untertönen und weil sie nicht diese typischen kitschigen MagicalGirl-Serien waren. Nichts gegen kitschige MagicalGirl-Serien. Da gibt es auch viele, die mir gefallen, um Gottes Willen. Vielleicht nicht unbedingt Tokyo Mew Mew und Mermaid Melody Kitschikitsch, aber es gibt welche. Shogokara gehört übrigens auch nicht dazu. Naja, aber auf jeden Fall, ich fand CutieHoney cool, weil sie eine Einzelkämpferin war von Anfang bis Ende. Nicht so wie bei Sailor Moon und anderen MagicalGirls. Und sie hat es auch besonders schwer gehabt. Also ich finde, kein anderes MagicalGirl hatte es so schwer wie sie. Jetzt mal so über den kompletten Verlauf der Serie hindurch. Und trotzdem hast du am Ende nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie ein total beschissenes Leben hat. Und dass der Kampf gegen diese bösen Mächte ihr Leben versaut hat. Ganz im Gegenteil. Auch sie findet in einer gewissen Weise ihr Glück. Und das ist auch sehr schön. Auch wenn ich nicht unbedingt schön finde, wie das dann in der letzten Folge gezeigt. Also war ein bisschen überflüssig, was da passiert ist. Das hätte man nicht so machen müssen unbedingt. Aber es war trotzdem immer noch ein rundes Ende und in sich geschlossen. Und man kann damit leben. Und es ist ein toller Anime, den man gesehen haben sollte. Und steht vielleicht so auf Platz 2. Ironischerweise, ich habe ja Cutie Honey jetzt höher platziert als Monster Rancher. Ne, sagen wir, steht auch auf Platz 1 von den von mir meist gewünschten Animes. Hier ist halt der Unterschied, dass ich die Folgen alle mal gefunden habe im Internet. Auf Deutsch. Deshalb vielleicht. Weil den Anime kann man sich, wenn man will, schon noch auf Deutsch angucken. Der ist nicht so ganz lost wie bei Monster Rancher die hinteren Episoden. Also so ab Folge 41 wird es schon verdammt schwer, die Folgen auf Deutsch zu finden von Monster Rancher. Die hat einfach irgendwie keiner aufgezeichnet. Das ist bei Cutie Honey Gott sei Dank anders. Ja, dann haben wir da noch My Himel. My Himel, Witchblade. Ah, Entschuldigung. Eins noch. Cutie Honey ist kein Original-Anime. Der hat eine Manga-Vorlage. Die ich aber auch nicht kenne, weil die auch nicht in Deutschland erschienen ist. Aber das war auch trotzdem so ein Anime, der hatte keine Filler. Irgendwie, die sind da schon in einem normalen Tempo durch die Handlung. Und es war von Anfang bis Ende genießbar. Definitiv. Naja, okay. Entschuldigung. Das wollte ich gerade noch sagen. Bei My Himel gibt es auch keine Manga-Vorlage. Bei Witchblade gibt es tatsächlich, ja eigentlich ja eine Comic-Vorlage. Die man aber auch nicht gelesen haben muss, um da irgendwie reinzukommen. Tatsächlich ist ja auch zu dem Witchblade-Anime dann auch wieder ein Manga entstanden, der aber auch nochmal eine ganz neue Story erzählt hat. Es gibt viele alternative Witchblade-Geschichten. Ich glaube auch der Comic und die US-Serie sind auch ganz alternative Witchblade-Erzählungen. Und alle haben nur eins gemeinsam. Dass am Anfang eine Frau ein Witchblade bekommt, das eben irgendwann ihr Leben zerstören wird. Und sie müssen es benutzen, um böse Kräfte zu besiegen. So, ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Es ist schon sehr lange her, dass ich den Anime geguckt habe. Aber was den Anime so dramatisch gemacht hat, ist tatsächlich die Tatsache, dass sie, also die, die das Witchblade ganz am Anfang bekommt, eine Mutter ist, eine Alleinerziehende von einer Tochter. Die Tochter ist so lieb. Die ist so süß. Wirklich das süßeste Anime-Kind aller Zeiten. Also es gibt kein süßeres und man kann wirklich verstehen, warum sie sich so sehr lieben. Also diese Mutter und ihr Kind. Und das ist halt so das Hauptthema eigentlich von Witchblade. Die Liebe einer Mutter zu ihrer Tochter. Und es macht diesen Anime trotz aller Erotik, trotz aller brutalen Kämpfe irgendwie so menschlich einfach. Und hat auch diese wunderschönen Songs. Also ich feiere total den ersten Opening Song und das erste Ending. Das zweite Ending auch auf seine Weise. Das zweite Opening fand ich nicht so schön. Aber das erste Opening, Ecstasy, ist richtig geil. Die zwei Endings, Hammer. Und ja, also auch an der Musikfront. Und da gibt es auch dieses Hitori Goto, heißes Stück im Soundtrack. Könnt ihr ja mal gucken. Es ist dieser Track, der immer am Ende von jeder Folge spielt, wenn die Vorschau auf die nächste Folge kommt. Und jede Folge endet quasi damit, dass die Mutter einen Brief an ihre Tochter vorliest, geschrieben hat, vorliest. Also geschrieben hat und er wird dann halt so vorgelesen von ihr. Und dann in der nächsten Folge hat die Tochter wieder einen Brief an die Mutter geschrieben und immer so hin und her. Und das ist so emotional. Und das ist so schön. Nein, das Schlimmste, wirklich der herzzerreißendste Moment für mich war in der Mitte, als heraus... Oh, ja, dann spoiler ich ja schon wieder. Also es kommt auf jeden Fall was ziemlich Krasses heraus, was dazu führt, dass Mutter und Tochter voneinander getrennt werden. Und dann gab es diese Sequenz. Du siehst einfach ein leeres Blatt Papier, die gewohnte, traurige Musik und es wird nichts vorgelesen. Einfach nichts. Es gibt keinen Brief. Keinen Brief von der Mutter und keinen von der Tochter. Einfach um diesen erzwungenen Kontaktabbruch nochmal zu untermauern. Und dieser Moment, diese Szene bricht dir dein fucking Herz. Damit will ich nicht sagen, dass das Ende des Animes nicht weniger schlimm und dramatisch wäre. Aber ja. Witchblade ist Hammer. Guckt es. Auf jeden Fall. Es ist wirklich Hammer. Platz 5. Ja, nach so vielen düsteren Magical Girl Serien. Die Madoka Magica, meiner Meinung nach, richtig hart in den Arsch fisten. Also ich finde, Madoka Magica ist dagegen wirklich ein Scheiß. Ich hasse die Menschen, die sagen, mach mal ein bisschen was Positives, positive Energie. Beides hat, nein, stimmt nicht. Cardcaps Sakura hat eine Manga-Vorlage, aber tatsächlich hat Clamp an dem Manga und an dem Anime parallel gearbeitet. Weshalb beides natürlich die Clamp-Note hat, aber ich finde den Anime tatsächlich besser als den Manga. Das ist nämlich dieser Fall. Es ist keine komplett andere Story, aber Manga und Anime gehen an vielen Stellen eigene Wege. Weshalb man beides quasi gelesen oder gesehen haben sollte. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei Cardcaps Sakura. Gerade mal die Handlung, wer es nicht kennt, da ist dieses Mädchen mit magischen Kräften. Sie weiß aber noch nicht, dass sie magische Kräfte hat. Sakura Kinomiya? Oder Kinomoto? Egal, auf jeden Fall. Sie entdeckt dann im Keller, war das glaube ich, von ihrem Vater, dieses Clow-Card-Buch. Und dann macht sie das auf und aktiviert aus Versehen die Clow-Card Windy, die halt Wind erzeugt. Und dieser Wind weht die anderen Clow-Cards alle in alle Himmelsrichtungen davon. So ähnlich wie mit dem Juwel der vier Seelen bei Inuyasha. Und dann muss sie eben die Juwelensplitter, die Clow-Cards suchen und einfangen. Und es gibt einiges, was Cardcaps Sakura von anderen Magical-Girl-Serien unterscheidet. Da wäre zum einen, dass sie sich tatsächlich ihrer besten Freundin Tomoyo anvertraut, obwohl diese keine magischen Kräfte hat. Was auch so ein Element ist, was mir sehr gut gefällt. Also ich verstehe auch nicht, warum hat Bunny nie Naru eingeweiht. Wäre es nicht vielleicht sogar sicherer gewesen, Naru einzuweihen an vielen Stellen. Gerade eben einfach mal zu ihr hingehen und sagen, ey übrigens, Naru, ich hab dich voll lieb. Und ich muss dir sagen, Neflite ist ein Dämon und der wird dich umbringen, wenn du jetzt so weitermachst. Weil ich bin Sailor Moon und ich bekämpfe so Typen wie ihn. Hätte es sie umgebracht, wäre es so schlimm gewesen? Nein. Es hätte vielleicht einiges nicht so passieren müssen, wie es dann tatsächlich passiert ist, wenn sie offener mit Naru gewesen wäre. Deshalb, ich fand das eigentlich ganz schön, dass Sakura und Tomoyo so ein indiges Verhältnis haben. Indiges Verhältnis. Manche werden jetzt schmunzeln. Und ja. Was gerade gibt, dass Sakura auch so besonders macht? Gut, wir haben es natürlich in Sailor Moon auch. Wir hatten ein paar Homo-Pärchen. Haruka, Michiru, Zeusite und Kunzite. Meine Stimme gibt langsam den Geist auf, weil ich habe letzte Nacht gekotzt. Und deswegen ist mein Hals ein bisschen rau. Ich hoffe, ich halte das noch durch. Ich muss mir jetzt mal ein Hundebonbon reinpfeifen. Ne, ein Hustenbonbon. So, Entschuldigung. Wenn man das jetzt hört, wie ich mit einem Bonbon da rumlutsche, aber anders geht es nicht. Ja, Katkript das Sakura. Sie muss die Clow Cards einsammeln. Dann später kriegt sie noch einen Rivalen. Shaoran, beziehungsweise Shaolan. Irgendwie ist es immer mal anders. Mal wird er Xiaolan geschrieben. Dann wieder Shaolan. Und dann wieder mit R. Dann wieder mit L. So ein bisschen verwirrend. Der Knabe kann sich einfach nicht entscheiden, wie er heißt. Auf jeden Fall, das wird so ihr Rivale um die Clow Cards. Und was ich halt im Anime auch ganz cool fand, war, dass er da tatsächlich auch einige Clow Cards ihr vor der Nase weggeschnappt hat. So ähnlich wie Sindbad und Jan. Bei Jan, die Kamikaze, die bin. Im Manga war das tatsächlich nicht so. Da hat Sakura alle Clow Cards selbst eingesammelt. Und deshalb fand ich bei Sakura auch das Finale von dem ersten Story Arc, sage ich jetzt mal, bei weitem nicht so spannend und dramatisch wie bei dem Anime. Weil beim Anime muss dann der neue Besitzer der Clow Cards erstmal einer Prüfung unterzogen werden, als alle Clow Cards eingefangen sind. Das passiert dann am Ende von Staffel 2. Und da Shaolan eben zu dem Zeitpunkt auch schon einige Clow Cards hat, wird er auch dieser Prüfung unterzogen. Und zwar zuerst. Dann hat es irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Drama gehabt, wie er dann kläglich gescheitert ist, obwohl er richtig mächtige Clow Cards hatte. Wie Taimi zum Beispiel. Und trotzdem gescheitert ist. Und dann eben hat es nochmal ein bisschen mehr die Spannung erhöht. Wie soll Sakura das denn jetzt schaffen, wenn Shaolan das schon nicht geschafft hat. Und jetzt kommt es. Und das ist das, was ich an Cardcaptor Sakura so toll finde. Es gibt tatsächlich eine ganz schlimme Katastrophe, die eintrifft, wenn alle Clow Cards zusammen sind und die Hüterin die Prüfung verkackt. Die schlimmste Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Und Leute, es ist nicht, dass die Welt zerstört wird. Es ist nicht, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Es ist viel tiefgehender. Deep Shit sage ich euch. Es ist, dass jeder aufhört, in jemand anderen verliebt zu sein. Selbst wenn es einseitige Liebe ist. Also jeder, der Gefühle für jemand anderen hat, wird danach diese Gefühle für den anderen nicht mehr haben. Und das ist das Schlimmste, was in der Welt von Cardcaptor Sakura eintreten kann. Und das ist so herzerwärmend, so zuckersüß. Einfach so eine tolle Message. Also Liebe ist das Wichtigste. Und stärkste und tollste auf der Welt. Egal, ob einseitig oder beidseitig. Das ist auch sowas, was Clamp irgendwie richtig toll geschafft hat, in dem Werk auch klarzustellen, dass Liebe immer toll ist, immer gut ist. Egal, wie hoch der Altersunterschied ist. Egal, welches Geschlecht. Ja, also es gibt auch homosexuelle Pärchen da drin. Wo es auch sehr überraschend kommt. Und all sowas. Dadurch hat Cardcaptor Sakura wirklich eine sehr starke Message. Bricht damit auch mit vielen Tabus. Und war seinerzeit um viele Jahrzehnte voraus. Um viele Jahrzehnte. Noch viel mehr als Sailor Moon das war mit dem 90er Anime. Denn bei Sailor Moon waren ja die Homo-Pärchen stets in Rollenklischees einzuteilen. Uranus war ja mehr so männlich. Neptun war mehr weiblich. Also eigentlich waren es auch nur Heteropärchen. Und das ist halt gerade bei Cardcaptor Sakura nicht so. Wir haben homosexuelle Pärchen, wo beide Parts männlich sind oder eben weiblich. Und das macht für mich die Serie so stark von der Message her. Und so zeitlos auch. Es ist wirklich eine zeitlose Serie. Richtig, richtig toll. Ihr müsst es einfach gucken. Und auch hier ist es auch so ein Herzenswunsch von mir, dass dieser Anime endlich mal komplett auf DVD erscheint. Und auch endlich mal Staffel 2 und Staffel 3 auf Deutsch synchronisiert werden. Also wenn sich das bei Clearcard-Arc rentiert hat, warum dann nicht auch bei der alten Serie? Ist doch eigentlich ein Jammer. Zumal die Synchro von Staffel 1 wirklich, wirklich toll ist. Ich meine, selbst die zwei Filme haben sie auf Deutsch synchronisiert. Also was ist bitteschön los? Warum schafft es kein Publisher mal an die restlichen 35 Folgen? Es sind nur 35 Folgen. Es ist nicht die Welt. ranzugehen und die mal zu synchronisieren. Während hier auf der anderen Seite wirkliche Mammut-Projekte angegangen werden. Wie Bleach, One Piece, Naruto und so. Boruto. Aber 35 Folgen, kackt euch doch nicht voll. Geht doch mal einfach hin und synchronisiert die endlich mal, verdammte Scheiße. Doremi ist auch ähnlich herzerwärmend. Geht ja um Doremi, wie der Name schon sagt. Die halt auch irgendwie zu dumm für alles ist und überhaupt nichts hinbekommt. Aber Hexen mag und gerne eine Hexe sein möchte. Und sie würde gerne ihm Schwarm die Liebe gestehen und braucht dafür einen Zauberspruch. Ja, dann wird sie eine Hexe, aber sie ist keine gute Hexe am Anfang. Also ziemliche Chaos-Hexe. Krawall-Hexe wird sie im Manga dann immer genannt. Aber tatsächlich basiert der Manga auf dem Anime, nicht umgekehrt. Und dann kommen zum Glück auch noch ihre Freundinnen aus ihrer Klasse hinter ihr Geheimnis. Also Emily und Sophie. Und greifen ihr tatkräftig unter die Arme. Alleine hätte sie wahrscheinlich auch nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Wenn man ganz ehrlich ist. Und jede von ihnen hat natürlich ihre individuellen Stärken und Schwächen, die natürlich thematisiert werden. Ein wichtiges Thema ist auch Streit. Und Streit beiliegen und Streit schlichten. Weil es eine Serie ist, die sich halt vorwiegend an Grundschüler richtet. Aber sie hat auch so viel Drama und so viel Herzblut und was da alles drin steckt. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Also die kann man eigentlich in jedem Alter immer noch... Ist so ein bisschen wie Disney-Filme. Disney-Filme haben ja auch dieses Kindgerechte einerseits, aber andererseits dann schon so immer so einen emotionalen Moment, wo vielleicht dem einen oder anderen selbst als Erwachsenen noch die Tränen kullern können. Genau so ist Doremi eigentlich aufgebaut. Also ich finde, das ist eine Serie, die wirklich jeder, egal welches Alter, egal welches Geschlecht genießen kann. Gerade auch in Staffel 2, wo es dann nochmal richtig dramatisch wird, als sie dann auf einmal ein Baby aufziehen sollen. Obwohl sie ja selber noch Kinder sind, aber eben die Unterstützung natürlich haben von ihren Freundinnen. Also sie sind ja nicht allein damit. Sie sind ja fünf Hexenschülerinnen und eben Mahorca. Und ja, die wuppen das zusammen eigentlich ganz gut und entwickeln sogar Muttergefühle. Und dann am Ende liegt ihr Baby quasi im Sterben. Und sie müssen unter Einsatz ihres Lebens darum kämpfen, um ihr Baby zu retten. Das ist schon ziemlich krass für eine Kinderserie. Und es funktioniert. Also dieses Finale von Staffel 2 hat wirklich alle Knöpfe gedrückt. Deshalb ist es eine Schande, dass Staffel 3 und Staffel 4 nie auf Deutsch erschienen sind, um das Ganze fortzuführen. Weil das ist kein schönes Ende. Tatsächlich ist das Ende von Staffel 2 ein absolut Scheißende. Also alles ist eigentlich schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Bis auf eine einzige Sache. Okay, sagen wir mal bis auf zwei Sachen. Oder drei Sachen. Na gut, es ist nicht ganz alles schlecht. Aber es ist kein richtiges Happy End. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man auch noch die anderen Staffeln schaut. Weil die das Ganze irgendwie nochmal zu einem schöneren Abschluss bringen. Aber ja, Doremi ist überraschend dramatisch. Und lasst euch nicht von dem quietschbunten Image der Serie täuschen. Auch diese Serie hat seinerzeit mal richtig krasse Quoten erzielt. Und ich glaube sogar solche Anime-Größen wie Pokémon zeitweise mal überholt. Also ich habe ja da letztens mal Kidzone-Ausgaben-Alte gewälzt. Und da war ich schon überrascht, wie gut auch Doremi abgeschnitten hat in den Quoten. Also es würde sich durchaus lohnen, denke ich, diese Serie dann doch mal weiter zu synchronisieren. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht auch mal ein Sender rangeht und die Serie nochmal ausstrahlt. Wie zum Beispiel Six. Und dann eben die restlichen Folgen auch mal synchronisieren lässt. Und die Filme. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Zumal jetzt in Japan auch nochmal ein neues Doremi-Filmprojekt angekündigt ist. Warte mal, müsste das inzwischen nicht schon draußen sein? Hm. Egal. Bleiben wir bei den Magical Girls. Ich habe ja schon gesagt, das ist sehr Magical Girl-lastig. Aber Magical Girl-Serien, Platz 4, Sailor Moon, aber die 90er-Serie, nicht Sailor Moon Crystal. Haben nämlich tatsächlich auch sehr viel Potenzial. Das heißt, selbst wenn sie auf einem Manga basieren und eine Manga-Vorlage haben, gibt es einfach dieses Genre, Magical Girl, so viel her, dass man trotzdem da einen tollen Anime draus machen kann, auch wenn man eben fillern muss. Und gerade, wenn ich jetzt so an die ersten drei Staffeln denke, nicht unbedingt an die hinteren zwei Staffeln, aber wenn ich an die ersten drei Sailor Moon Staffeln denke und an die drei Filme, dann muss ich sagen, waren selbst die Filler-Episoden total on point. Sie haben dazu beigetragen, die Charaktere, jetzt habe ich wieder ein englisches Wort im Kopf rumspucken, to flash someone out, also den Charakteren mehr Substanz zu geben, sage ich mal, dass sie sich lebendiger anfühlen, dass sie mehr charakterisiert werden. Wenn ich jetzt an den Manga von Sailor Moon zum Beispiel denke, was hat Nanaro bitteschön für eine Rolle gespielt? Eigentlich gar keine. Sie ist, wenn es hochkommt, in zwei Kapiteln aufgetreten, war am Anfang die beste Freundin und später hat man sie nie mehr gesehen. Und wenn ich daran denke, was sie mit Naru alleine in der ersten Staffel alles angestellt haben, wow, also das ging ja schon ziemlich weit, dieser ganze Story-Arc, wo sie in die Fliete verliebt war und Sailor Moon oder Bunny beziehungsweise so verzweifelt versucht hat, sie zu retten, dass sie nicht von den Bösen benutzt wird und ihre Energie abgesaugt bekommt und möglicherweise eben als Konsequenz daraus stirbt. Und das war sehr dramatisch. Ihr wisst ja auch alle, was dann passiert ist. Ich glaube, bei Sailor Moon kann ich gar nicht spoilern. Wer hat Sailor Moon nicht gesehen? Ja, also Neflite opfert sich am Ende schlussendlich tatsächlich für Naru, obwohl er ja eigentlich böse gewesen ist. Das war auch der Plot-Twist des Todes und natürlich mega dramatisch. So das mit Season Finale, kann man sagen, also mit Staffelfinale von Staffel 1 gewesen. Und was mir auch unheimlich gut gefällt, gerade an Staffel 1, was Sailor Moon, also die 90er-Serie von Sailor Moon für mich auch sehr stark abhebt von anderen Magical-Girl-Animes, dass es nicht so war, bam, 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 jede Folge kommt eine neue Kriegerin dazu und dann ist irgendwann das Team komplett, sondern nein, sie haben sich Zeit gelassen. Sailor Moon war sieben Folgen lang eine Einzelkämpferin, was sehr unrealistisch ist, weil wenn wir ehrlich sind, wenn es wirklich so gewesen wäre, sie wäre spätestens in Folge 2 von einem Dämon getötet worden. Aus der Taxidomeis hätte ihr ein bisschen aktiver geholfen, als er das tatsächlich getan hat im Anime, aber okay. Aber gut, ne, das hat so ein bisschen die Charakterentwicklung von Bunny auch ein bisschen kaputt gemacht, dass sie dann irgendwie in den ersten sieben Folgen voll episch war, alles alleine hingekriegt hat und auf einmal war sie dann nur noch eine dumme Heususe, die beschützt werden musste. Aber ja, erst in Folge 8 ist Sailor Marco dazugekommen, erst in Folge 10 ist Sailor Mars dazugekommen, gut, hier war jetzt nicht ganz so krass viel dazwischen, aber immerhin hatten wir eine einzige Folge, wo man nochmal gesehen hat dazwischen, wie es halt ist, wenn Sailor Moon und Sailor Marco als Team agieren. Wie die beiden als Freundinnen zusammen, auch außerhalb von Kämpfen gegen das Böse funktionieren. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Ja, auch bei Sailor Mars, auch mit jeder neuen Kriegerin, die dazugestoßen ist, mit zu beobachten, das war sehr spannend, wie sich dadurch die komplette Gruppendynamik verändert. Ja, also Folge 10, Sailor Mars, plötzlich war viel mehr Streit. Also Sailor Moon und Sailor Marco sind mega harmonisch, die ergänzen sich prima. Aber Sailor Mars hat natürlich die Leidenschaft, das Feuer reingebracht, dann wurde nur noch gezankt. Dann war Sailor Marco immer so ein bisschen nebenan und hat dann immer zugesehen und gedacht, naja, macht ihr mal. Bis dann Folge 25 kam. 15 Folgen hat es gedauert, bis dann Sailor Jupiter dazu kam. Und die hat dann auch schon mal Partei für Bunny ergriffen und gesagt, Mensch, jetzt Rey, halt doch mal die Beiflach. Lass sie doch einfach mal in Ruhe. So verkehrt ist sie doch gar nicht. Fand ich dann auch sehr schön mit anzusehen. Und dann kam eben erst in Folge 33 Minako dazu und hat das Team vervollständigt vorläufig. Natürlich kamen später immer mal wieder neue dazu. As you know. Aber ja. Und dann erst nochmal 10 Folgen später sind sie dann erst in die finale Schlacht gezogen gemeinsam. Und dadurch war es dann auch viel dramatischer, als sie dann alle regelrecht hingerichtet wurden von den Bösewichten. Ich fand es nicht schön, wie es passiert ist. Also ich hätte mir echt auch eine Erklärung gewünscht, warum gerade diese 5 oder 4 Jomas jetzt so krass viel stärker waren als alle vorher. Also da hätte ich mir wirklich was gewünscht wie, keine Ahnung, dass diese ganzen gesichtslosen, namenlosen, Dämonen, die da immer um Königin Perilia in diesem dunklen Königreich da rumschlawenzelt sind, dass die mal alle irgendwie durch Metallias Kräfte miteinander verschmolzen werden zu 4 obermächtigen Dämoninnen, die unbesiegbar sind, hätte ich viel besser gefunden. Das wäre eine schönere Erklärung gewesen, warum diese 4 Dämonenschwestern so stark waren, so viel stärker waren als alle bisherigen Jomas. Und es hätte auch gleichzeitig erklärt, warum dann diese ganzen anderen Jomas auf einmal alle weg waren. Das wurde nämlich nie erklärt. Also da denkt man drüber nach, das wäre ein bisschen schöner geworden, aber ich will ja jetzt nicht den Anime kritisieren, darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich bin schon wieder mega abgeschweift, ich bin echt schlimm. Aber auch gerade die dritte Staffel war so genial und episch. Ja, also wir haben eine komplette Staffel, wo es darum geht, dass die Dämonen, dass die Bösewichte, die Daimonen, reine Herzen suchen, weil darin drei Talismane sind. Und es steht von Anfang an fest, am Ende des Tages werden drei sehr liebe Menschen, sehr liebenswürdige Menschen, reinherzige Menschen, ihr Leben lassen müssen, um die Welt zu retten. Das ist deep shit, Leute. Das ist richtig hart, richtig harter Tobak. Auch sehr düster, sehr dramatisch. Ich fand die ganze Staffel hatte einen sehr düsteren Unterton. Natürlich kam noch hinzu, dass Hella Oralus und Hella Neptun ja auch ein bisschen älter sind als die anderen und dadurch auch ein bisschen mehr Reife reingebracht haben und ja auch ein bisschen reifere Ansichten hatten und nicht ganz so albern und kindig waren. Und ja, das war schon hart. Also gerade die dritte Staffel ist auch meine absolute Lieblingsstaffel aus der Serie. So viele dramatische Wendepunkte. Das hat sich in meine Hirnrinne, in meine Seele, in mein Herz reingebrannt. Alleine diese Folge, in der herauskommt, es sind Zeller Uranus und Zeller Neptun und wo die beiden ihr Leben lassen für ihre Mission. Gänsehaut. Alleine, wenn ich das ausspreche. Und die ganze Folge ist schon von Anfang an so düster und ganz anders als alle anderen Folgen, hebt sich auch so stark ab vom Rest der ganzen Serie. Es ist phänomenal. Leider, leider hat die Serie dann aber so ab der vierten Staffel sehr nachgelassen. Also ich muss sagen, mir gefielen die Filler-Episoden dann gar nicht mehr, weil auch gar nicht mehr dafür gesorgt wurde, dass die bestehenden Charaktere mehr Tiefe bekommen haben. Also meistens war das dann so, dann wurde einfach so ein Character of the Day eingeführt, der dann halt gerade mal von einem Dämon angefallen wurde und dann gerettet werden musste und dann nie wieder vorgekommen ist. Und das fand ich nicht mehr so schön. Aber ja, Sailor Moon hat schon sehr epische Momente. Auch gerade den Anfang von Staffel 5, diesen ersten Story-Arc, wo dann endlich mal alle Sailor-Kriegerinnen gemeinsam kämpfen gegen eine Helenia in ihrer Traumwelt. Diesen Mini-Story-Arc, den habe ich auch sehr hart gefeiert als Kind. Es war sehr spannend. Und ich kann auch nur nochmal betonen, es ist keine Serie für kleine Mädchen. Guckt die erst, wenn ihr mindestens zwölf Jahre alt seid. Es hat sehr verstörende Szenen und Dämonen und ist schon ziemlich düster. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Madoka irgendwie besser sein soll, weil alles, wirklich alles, was in Madoka vorkam, hatten wir in Sailor Moon auch schon mal in irgendeiner Form. Platz 3. Auch das ist Magical Girl. Magical Girl Sight ist aber, glaube ich, ein Shonen-Manga. Obwohl es eigentlich eher Richtung Szenen geht. Also schon sehr brutal. Und es wird immer wieder kritisiert, dass die Serie so edgy ist. Also so mit der Gewalt einfach schon sehr krass übertreibt. Ich muss sagen, gerade das hat mir gefallen. Nicht uneingeschränkt. Also es gab schon Szenen, die waren mir dann schon ein bisschen too much. Aber im Großen und Ganzen fand ich das geil. Weil das von Anfang an halt einfach dieses düstere Setting. Aya wird in der Schule gemobbt und richtig hart gemobbt. Also richtig misshandelt. Von ihren Mitschülerinnen, die sie ins Klo tunken und ihr fast mit einem Cutter die Zunge aufschneiden oder rausschneiden oder was weiß ich was. Das eskaliert so weit, dass sie sogar ihre Katze, also eine Straßenkatze, die sie halt ab und zu mal besucht, extra auf die Zuggleise tun, damit sie überfahren wird von einem Zug. Also richtig eklig, richtig mies. Deshalb hat der Manga auch eine Empfehlung ab 18 bekommen in Deutschland, was vollkommen gerechtfertigt ist. Also ich finde eigentlich nicht, dass es eine Shonen-Serie ist. Das ist absolut Zähnen. Und es ist heftig, aber relatable. Also ich bin ja auch schon gemobbt worden. Ich glaube, viele sind schon gemobbt worden. Gibt es eigentlich Menschen da draußen, die nicht an irgendeinem Punkt ihres Lebens schon mal gemobbt worden sind? Gott sei Dank war es bei mir nie so krass. Aber deshalb kann man sich da halt total reinfühlen. Und das Schlimmste an Ayas Schicksal ist ja auch, wenn sie nach Hause kommt, sie hat keine Ruhe, weil da geht die Tortur dann gerade nahtlos weiter, weil ihr großer Bruder ist ein totaler Psycho, der jegliche Frustration an ihr auslässt und sie auch aufs Übelste misshandelt, bis sogar ihre Periode ausbleibt, weil sie so hart in den Bauch geboxt wurde. Also das ist schon richtig krass. Und dann auf einmal öffnet sich die Magical Girl-Site auf ihrem PC und da ist dieses hässliche Mädchen, das sagt, Oh du Arme, oh du Arme, weil dir so viel Leid erfährt, werde ich dich zu einer Magical Girl machen und dir einen Zauberstab zukommen lassen. So, man denkt ja, jetzt wird alles besser. Aber nein, die Abwärtsspirale führt sich fort. Denn damit einhergehend ist, wir wissen es aus Spider-Man, ja, wer große Macht hat, hat auch eine große Verantwortung. Direkt beim ersten Mal, als Aya die Waffe benutzt, tötet sie dabei zwei ihrer Klassenkameradinnen. Ne, gar nicht. Eine Klassenkameradin und ein Klassenkamerade. Aber ich glaube, der war aus einer Parallelklasse oder aus einer höheren Klasse oder so. Egal. Auf jeden Fall, die hat sie damit gekillt. Unfreiwillig, weil sie noch nicht wusste, was ihr Zauberstab bewirkt. Und dementsprechend sind dann die Obermobberinnen von dieser Mobberinnengruppe auf Rache. Und diese Rache wird richtig heftig. Das kann ich schon mal sagen, weil das auch relativ früh im Manga schon passiert und im Anime auch. Und was der Anime besser macht als der Manga, warum ich den Anime auch hier reinnehmen konnte, guten Gewissens, obwohl natürlich das hier ein Anime ist, auf einem Manga basiert, das Ende. Das Ende einfach. Das Ende vom Anime fand ich richtig schön. Sehr emotional. War für mich ein rundes Ding, obwohl natürlich einige Fragen offen geblieben sind. Und im Manga haben sie an der Stelle was ganz Unschönes gemacht. Also wirklich, es ging auf den Finalkampf zu. Die Magical Girls haben sich mittlerweile zusammengerottet als Team und sind reihenweise umgebracht worden. Und dann hört es einfach auf. Und im nächsten Band beginnt eine ganz neue Story mit ganz neuen Hauptcharakteren. und das fand ich so schlimm und so mies, dass ich einfach den Anime besser finde. Weil wie gesagt, ihr bekommt an der Stelle eine nahtlose Fortsetzung und ein Ende präsentiert, was auch ein vernünftiges Ende ist, mit dem man leben kann. Es hat auch eine sehr, sehr positive und schöne Message, obwohl es so düster ist am Anfang. Ich liebe Serien, die düster anfangen und mit einem Happy End aufhören. Okay, also Happy End ist ja viel gesagt. Es ist schon ein offenes Ende. Aber ja, auf jeden Fall, was halt auch so die Krux ist bei dem Ganzen, je häufiger du deinen Zauberstab oder die Zauberstäbe, die du von anderen Magical Girls geklaut hast, indem du die einfach mal niedergemetzelt hast, weil du ihre Kraft halt geiler fandest, wie man es halt so macht, weil ein bisschen neidisch ist. Wenn du Zauberstäbe benutzt, deine Lebenszeit verkürzt sich. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es ist herzzerreißend. Gerade bei den beiden Hauptcharakteren, die beste Freundinnen werden und am Ende, weil sie immer füreinander da waren, Aya dann erfährt, Tsuyuno wird demnächst sterben. Sie hat ihr Limit erreicht. Also wenn sie noch ein einziges Mal ihren Zauberstab benutzt, war es das. Ja, natürlich kommt der Endkampf. Natürlich benutzt sie den Zauberstab und ihr könnt euch denken, was dann passiert. Aber mehr verrate ich nicht, weil ich möchte nicht so viel spoilern und glaubt mir, das war jetzt auch noch nicht so krass gespoilert. Nicht so krass, wie ihr denkt. Es wird schon sehr früh gesagt, dass Tsuyuno schon am Limit ist, dass die nicht mehr lange hat. Ja, dementsprechend. Es hat Drama. Es hat Spannung. Es hat Emotionen. Es hat alles, was eine gute Anime-Serie haben muss. Ich finde auch die Story so geil erzählt, vom Aufbau her. Denn normalerweise würde man denken, Aya kriegt einen Zauberstab, kann sich selbst verteidigen vor denen, die sie quälen in ihrem Real Life und alles wird gut. Aber der Mangaka ist ein richtiger Schlingel. Ich glaube, Keitaro Sato heißt er oder Kentaro. Er ist ein richtiger Schlingel. Der geht nämlich so weit, dass er denen Leuten, die die schlimmsten Feinde von Aya quasi sind, ihr großer Bruder und ihre Hauptmobberin, dass er ihnen einen Zauberstab zukommen lässt im Laufe der Geschichte. Und was dann passiert, könnt ihr euch ja denken. Also Eskalation pur. Es ist einfach so pervers und so gemein. Und das finde ich so geil, weil wirklich Keitaro Sato es meisterhaft versteht, die Hauptcharaktere durch jedes erdenkliche Worst-Case-Szenario durchzujagen. Und das macht diesen Manga und Anime so unfassbar spannend und genial. Es ist ein Meisterwerk. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Leider, leider ein verkanntes Meisterwerk. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute darauf rumhaten, weil es angeblich so edgy wäre. Gebt dem Anime und Manga doch einfach mal eine Chance. Guckt es doch einfach mal komplett. Liest es doch einfach mal komplett. Euch erwartet eine richtig hammer, spannende, geile Story mit Gänsehaut-Feeling. Und wie gesagt, ein Worst-Case-Szenario jagt das nächste vom Regen in die Traufe. Es ist echt heftig. Also so hart gezittert und mitgefiebert hatte ich zuvor nur bei ganz. Bei keinem anderen Manga und Anime jemals sonst. Deshalb wohlverdienter dritter Platz. So, Leute. I need to wrap it up. Ich muss jetzt echt zum Ende kommen langsam mal. Das hier ist schon viel zu lange geworden. Platz zwei. Ganz klar. Digimon. Was auch sonst. Ja, insbesondere natürlich Digimon Adventure. Also die erste Staffel feiere ich immer noch am allermeisten. Weil man ja da noch gar nicht wusste, was die Digi-Welt überhaupt ist. Was die Digimon überhaupt sind. Und das waren ja alles noch Mysterien, die erstmal aufgelöst wurden. Und es hatte so ein bisschen diesen Jeepers-Creepers-Effekt, nenne ich das jetzt einfach mal. Vielleicht kennt ihr den Film Jeepers-Creepers. Das ist so ein Horrorfilm, wo man am Anfang im ersten Teil lange Zeit nicht weiß, wovor sie überhaupt wegrennen. Also wer ist der Mörder? Was verfolgt sie da? Ist es ein Mensch? Ist es ein Tier? Ist es ein Dämon? Was ist es überhaupt? Und das ist so der Thrill bei dem Ganzen, bei dem ersten Teil. Dass man eben erst am Ende erfährt, was das eigentlich ist, was sie da jagt und was die Menschen umbringt. Und dann in Jeepers-Creepers 2 wusste man es schon. Und ich muss sagen, ich habe den Film nicht durchgehalten. Ich bin am Anfang eingepennt und nie mehr aufgewacht. Deshalb, also ich habe mir bis heute Jeepers-Creepers 2 in die komplett angeguckt. Jeepers-Creepers 3 ist wahrscheinlich auch total der Dreck. Weil dann ist die Katze einfach aus dem Sack gewesen. Und der Horrorfilm hat davon gelebt, dass man eben nicht wusste, was passiert. So ähnlich auch wie bei Blair Witch Project. Auch das ist so ein Film, der eigentlich davon gelebt hat, dass man nicht wusste, was im Wald auf sie lauert. Und was es genau damit auf sich hat. Blair Witch Project 2 hat ein bisschen besser funktioniert als Jeepers-Creepers 2 im Gotteswillen. Aber trotzdem. Und das ist bei Digimon halt auch so. In Staffel 2 war ja schon bekannt, was die Digi-Welt ist, was die Digimon sind. Und dann war dieses ganze Mysteriöse dann einfach schon raus. Sicher, man hatte den Digimon-Kaiser und ja, war auch so ein kleines Mysterium. Wer ist der Digimon-Kaiser wirklich? Was hat er vor? Keine Ahnung. Dann kam auch das mit diesem mysteriösen dunklen Meer, was aber auch nie zufriedenstellend aufgelöst wurde. Wir hatten schon so ein paar Mysterien, aber es war einfach nicht mehr dasselbe. Und die erste Staffel hatte auch die besten Charaktere, die besten Digimon-Partner. Na gut, kann man so nicht ganz sagen. Ich mag auch total gerne Gilmon aus Staffel 3. Ist mein Lieblings-Digimon von allen, weil es einfach so mega süß ist und ich auch mit ihm verschmelzen will. Aber ja, Staffel 1 hatte einfach diese ganzen Highlights. Und ich finde, Staffel 1 hat halt wirklich geschafft, obwohl es so viele Hauptcharaktere gab, es gab ja wirklich acht Hauptcharaktere, einfach jedem davon genug Raum zu geben, um sich zu entfalten und weiterzuentwickeln. Und das war schon erstaunlich. Also, gerade weil die erste Staffel ja wirklich nur 54 Episoden hatte und in 54 Episoden acht Charakteren eine Charakterentwicklung zu geben, die halbwegs glaubhaft erzählt wurde, das ist schon nicht einfach. Und deshalb fand ich Digimon Adventure ziemlich geil. Ich finde es auch jetzt immer noch geil als Erwachsener, wenn ich die Staffel rewatche. Es gibt eigentlich wenig daran auszusetzen und ich verstehe nicht ganz, was man überhaupt daran aussetzen kann. Also, warum manche meinen, andere Staffeln wären besser gewesen, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich wird es immer die beste Staffel bleiben. Und, ja. Ich bin auch schon mega gespannt auf das Reboot, wobei ich da, glaube ich, echt warten werde, bis das Reboot auf deutsch synchronisiert wird irgendwann. Ja. Genau. Also, Digimon ist so meine Kindheitsserie. Ich finde, die war auch ziemlich tiefgründig, dafür, dass es eine Kinderserie gewesen ist. Also, wenn man mal überlegt, was für ein Setting hier eigentlich aufgestellt wurde, da werden Kinder in eine fremde Welt katapultiert, ohne Eltern, ohne Erwachsene, sind plötzlich ganz auf sich alleine gestellt, so ähnlich wie in Lost auf einer Insel gestrandet und überall sind Monster, die sie töten wollen. Also, es ist schon ein ziemlich heftiges Setting. Alleine schon das Setting hat ja schon jede Menge Spannung versprochen und das wurde auch definitiv geliefert. Gleichzeitig kam aber auch nie der Humor zu kurz und es gab immer auch sehr schöne, herzerwärmende Momente und es war auch sehr schön anzusehen, wie die ganzen Abenteuer die Digi-Ritter und ihre Digimon zusammenschweißen und ja, ich fand die Staffel einfach toll. Auch gerade dann, wenn dann auch dann gerade sich das Geschehen in die reale Welt in der Mitte verlagert hat, das war dann auch nochmal so eine ganz neue Situation und dann wurden ja auch ihre Eltern eingeweiht und man hat dann auch gesehen, wie ihre Familie damit umgeht, was ihre Kinder da so getrieben haben die letzten Wochen und Monate, was für die Erwachsenen eigentlich nur ein paar Sekunden waren oder ein halber Tag und ja, also Digimon ist schon eine sehr erstaunliche Kinderserie, auch alleine, wenn ich jetzt so dran denke, was da für Gedankengänge auch rauskamen. Also das habe ich als Kind gar nicht alles kapieren können, weil Internet fing ja gerade erst an, steckte ja noch in den Kinderschuhen, was ich halt auch vor allen Dingen ziemlich geil fand, ein Digimon-Adventure sicher. Also die Kinder wurden ziemlich klug dargestellt, also teilweise auch was für Gedankengänge, die kamen, die waren ja schon so tiefgründig und komplex, da würde kein normaler 10- oder 11-Jähriger drauf kommen. Also die müssten schon eigentlich fast alle hochbegabt gewesen sein. Aber was halt ich trotzdem gut finde, was halt auch diese Glaubwürdigkeit trotzdem reingebracht hat, diese Kinder haben wirklich um ihr Leben gefürchtet und es waren keine Kinder, die in diese Welt kamen und die sich gedacht haben, ach wie cool, ganz andere Welt, lass mal hier bleiben, kleine süße Monster. Nö, die haben von Anfang bis Ende Angst, Angst um ihr Leben, Angst um ihre Geschwister, die mit in der Digi-Welt sind. und das ist ein omnipräsentes Motiv der ersten Staffel, Angst. Da ist kein Spaß dran, gegen böse Digimon zu kämpfen und dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen und es gibt dann immer diese Momente, in denen die Kinder halt auch einfach wie Kinder agieren und sich verhalten. Bestes Beispiel, der Moment, wo Pietmon Mimi umbringen will, vor allen anderen, weil er findet, dass Mimi die nervigste ist von allen und Mimi sagt halt eiskalt, nein, ich möchte hier nicht sterben und bettelt wirklich um ihr Leben. Wie das halt ein Kind in der Situation auch tatsächlich gemacht hätte. Sie hat sich nicht verhalten, wie jetzt der Held, der dann sagt, ja natürlich, ich opfere mich für meine Freunde oder keine Ahnung was. Nein, sie heult. Und wenn in dem Moment nicht Chipmon dazwischen gesprungen wäre oder Chumon oder wie auch immer und stattdessen gestorben wäre, dann wäre sie in dem Moment safe draufgegangen. Also es ist wirklich ernst und gerade im letzten Handlungsbogen mit den vier Meistern der Dunkelheit wird das auch nochmal besonders hervorgehoben, wie ernst die Situation eigentlich ist. Auch dadurch, dass TK quasi von Puppetmon fast abgeknallt wird. Und ja, es ist wirklich ein Spiel auf Leben und Tod. Man kann einfach die Ängste der Kinder zu jeder Zeit nachempfinden und das finde ich halt auch sehr gut. Und das macht sie halt so menschlich und realistisch. Auch wenn ich jetzt an Tai denke, der immer der Mutigste ist, der sich immer da ins Getümmelhüll reinstürzt, kopflos und wo man oft genug denkt, Mensch, kennt der ja gar keine Angst. Ich meine, er hat ja auch das Wappen des Mutes. Aber auch der hat ja seine Momente, wo er denkt, scheiße, ich bin der Einzige, der ein Wappen hat. Im Notfall bin ich der Einzige, der alle beschützen kann. Und dieser Druck, der belastet ihn. Der belastet ihn ja so sehr, dass er Argument komplett überfüttert und alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Also gerade Tai ist ja auch sehr verantwortungsbewusst dann doch, obwohl man es ihm oft nicht anmerkt, was ja Sora dann auch nochmal hervorhebt. Und ja, genau das. Und nachher hat er ja so große Angst, überhaupt durch dieses elektrische Gitter durchzugehen, um Sora zu retten. Es gibt mehrere Situationen, in denen Tai halt auch einfach genau das eben sagt, was für eine Gefahr sie sich befinden und das halt nochmal betont, dass sie da wirklich aufpassen müssen. Und ja, eine Survival-Serie mit Kindern, die irgendwie alleine klarkommen müssen. Und natürlich gibt es auch Streit untereinander und natürlich ist nicht alles ganz reibungslos verlaufen, aber ja, genau das macht Digimon so authentisch. und für mich definitiv zu einem absoluten Anime-Juwel. Ich weiß auch nicht, wie das Reboot das toppen will. Da bin ich mal sehr gespannt. Und mein ungeschlagener Platz 1. Also der für mich beste Anime, den ich bisher je gesehen habe, ist tatsächlich Trommelwirbel. Earth Girl Ajuna. Ich finde, kein anderer Anime hat so viel geballtes Wissen komprimiert auf wenige Folgen und man wirklich merkt, okay, der sich das ausgedacht hat, der wollte wirklich den Zuschauern was mitgeben. Fürs Leben, für die Weltanschauung, für einfach alles. Und das finde ich halt so toll an der Serie. Und da merkt man, da war wirklich Herzblut drin. Es hat ja auch ein top aktuelles Thema. Ja, es geht um Umwelt und Juna wird am Anfang bei einem Motorradunfall gekillt. Ich weiß, im Englischen kann man das so sagen. Im Deutschen muss man sagen, sie stirbt bei einem Unfall, weil sie wird ja nicht umgebracht. Aber im Englischen sagt man ja dann, she has been killed by an accident. Na egal, auf jeden Fall, sie stirbt bei dem Motorradunfall, kriegt aber nochmal eine zweite Chance, kriegt dafür eben magische Kräfte und muss aber dann gegen Rajas kämpfen. Zumindest denkt sie das. Ja, weil die Rajas eben irgendwelche wurmartige, riesige Ungeheuer sind, die überall für Chaos sorgen auf der Welt. Und so zieht sie eben bewaffnet mit einem Bogen los, um sie abzugeben. Hat sie, warum willst du sie töten? Was ja ein Widerspruch in sich ist. Ich meine, warum hat er ihr die Kräfte gegeben und ihr den Auftrag gegeben, wenn sie gleichzeitig aber nicht diese Wesen ums, was sie halt eben innerhalb von diesen, ich glaube, 13 Folgen auflösen muss, nach und nach. Und ja, dabei behandelt jede, wie sehr intensiv beleuchtet wird. Zum Beispiel gibt es eine Folge, wo es einfach um Mathematik geht, was Mathematik das einfach ist. Und dann gibt es eine Folge über Babys also wie Babys das Leben quasi im Mutterleib erleben und da gibt es also ich fand Arjuna wirklich damals war das für mich wie die Bibel, muss man wirklich sagen. Also das ist auch der erste Anime, glaube ich, gewesen, den ich komplett auf DVD besaß und auch unbedingt auf DVD haben musste, weil ich ja schon direkt gemerkt habe, oh, da steckt so viel drin, hat auch FSK 16. Ich war damals noch keine 16, als ich das auf Viva immer geguckt habe, aber da steckte einfach so viel drin. Ich brauchte diese Serie und auch die Message ganz am Ende der letzten Folge hat mich sehr bewegt und finde ich auch sehr, sehr wichtig und es hat viele neue Perspektiven auf viele, viele, viele Themenbereiche eröffnet, sagen wir es mal so, weil einfach jede Folge so ein eigenes Thema hatte und ja, trotzdem wirkte das Ganze nicht episodenhaft, sondern man hat schon so diesen Handlungsverlauf, diesen Spannungsbogen auch gehabt, also ja, auf jeden Fall ein absolutes Juwel, ein absolutes Meisterwerk, wo man viel zu selten was von hört. Es gibt tatsächlich Leute, die Arjuna nicht mögen, wo ich mir das auch nur so erklären kann, dass die Leute einfach einen zweistelligen IQ mit Komma in der Mitte hatten und den Anime einfach nicht gecheckt haben, weil wie sonst kann man diesen Anime nicht mögen, es ist ein Meisterwerk. Dann kommt ja noch der grandiose Soundtrack von Yoko Kano dazu und alleine schon das Intro. Gut, ich meine, Viva hat damals ein eigenes Opening angefertigt für die Serie, sogar mit einem Stück aus dem Soundtrack von Yoko Kano, die meine absolute Lieblingskomponistin ist, aber tatsächlich bei den DVDs gibt es dieses Opening gar nicht, also das ist ja der Directors Cut auf den DVDs, da gibt es auch zusätzliche Szenen, die nicht ausgestrahlt wurden auf Viva tatsächlich. Auf jeden Fall, da fängt jede Folge an mit der Aussage, das Wunder hier auf diesem Planeten zu leben oder jetzt auf diesem Planeten zu leben und es geht auch viel um Buddhismus und ein bisschen auch Hinduismus, also das Hier und Jetzt und was das halt bedeutet und es ist einfach ein Anime, der einen wirklich berührt, auch mit den ganzen Aussagen, die da getätigt werden und den Gedankengängen, also ich fand es sehr interessant, ich glaube, das ist auch so ein richtig guter Einblick eigentlich in Shintoismus oder beziehungsweise Buddhismus vielmehr, aber Shintoismus hat ja auch so Buddhismuselemente, also was die Japaner halt alles so glauben und was halt zum Beispiel einen Berg für einen Stellenwert hat für Japaner, mal nur so ein ganz normales Beispiel, das sind alles so Sachen, die erfahrt ihr, wenn ihr euch Ajuna mal anschaut und ich fand auch gerade hier wirklich die DVD-Ausstattung war, also mehr kann man sich nicht wünschen, also da war richtig mit Glossar und vieles wurde halt nochmal erklärt, also da hat sich wirklich gelohnt, die DVDs zu kaufen und ich bin echt froh, dass ich dieses Anime-Juwel habe, ich gucke es leider viel zu selten, ich sollte es eigentlich viel häufiger gucken, eigentlich ist das so ein Anime, den man alle paar Jahre mal rauskramen und nochmal gucken sollte, aber ja, das ist wirklich, also kein Anime hat mich so inspiriert, sage ich jetzt mal, und bewegt, wie dieser. Ja, damit wären wir auch endlich am Ende angelangt von meiner, mit Sicherheit für viele, sehr überraschenden Anime-Top-10, also ich denke mal, die meisten von euch sind fest davon ausgegangen, jetzt kommen irgendwie One Piece, Naruto, Attack on Titan, Death Note und so, die typischen Animes, die dann halt jeder so aufzählt, Dragon Ball und so weiter, aber nö. Ich, würde wahrscheinlich einige von den Titeln mit in eine Manga-Top-10 aufnehmen, aber eben nicht in eine Anime-Top-10. Da differenziere ich schon stark und es war mir halt auch wichtig, da halt auch drauf zu achten, dass ich halt hauptsächlich Animes reinnehme, die halt wirklich keine Vorlage haben. Mich würde jetzt natürlich auch eure Anime-Top-10 interessieren, also tippt die gerne mal in die Kommentare und ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, falls euch irgendein Anime einfällt, der auch keine Manga-Vorlage oder Leit-Nabbel-Vorlage oder sonst in irgendeiner Art und Weise eine Vorlage hat und den ihr auch richtig, richtig gut findet. Das würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten vergesst natürlich auch nicht zu liken und zu abonnieren, falls ihr es immer noch nicht getan habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und vergesst nicht, bei Instagram vorbeizuschauen. Tschüss! verguht gegrame bildet musste und erzählen die die er